Hey Leute, seit ich auf YouTube bin, habe ich insgesamt drei Setup-Touren gemacht. Eine als kleines Kind, eine mit viel zu viel Colorgrading und die letzte 2019. Im Laufe der Zeit hat sich immer weniger verändert, aber ich bin durch kleine Verbesserungen meinem Traumschreibtisch immer näher gekommen. In diesem Video erfahrt ihr, wie es heute bei mir aussieht. Eine der größten Änderungen ist sicherlich der Schreibtisch selbst. Das ist der Destopia Pro von Ergotopia und es steht auch hier oben jetzt Werbung, weil Ergotopia mir den damals für das Video zugeschickt hat. Der Schreibtisch ist höhenverstellbar und das mag ich tatsächlich sehr. Was ich noch mehr mag und was ich für viele Jahre wollte, ist, dass der Schreibtisch einfach weiß ist. Ich kann jeden verstehen, der das zu langweilig findet, aber ich bereue es tatsächlich bis heute nicht und finde es auch immer noch nicht langweilig. In dem Video zu dem Tisch habe ich tatsächlich ziemlich viele Studien untersucht, um herauszufinden, ob höhenverstellbare Schreibtische wirklich so gesund sind, wie immer behauptet wird. Wenn euch das interessiert, schaut also gerne da vorbei. Ich persönlich muss sagen, ich stehe, wenn ich ehrlich bin, nicht wahnsinnig viel an den Dingen. Aber ich bin noch sehr hibbelig, bin generell nie viel mehr als drei Stunden am Schreibtisch an einem Stück. Und ja, generell im Winter stehe ich nicht so viel, im Sommer ist es schon eine deutlich willkommenere Abwechslung und ich freue mich sehr, die Option zu haben. Ein Grund, dieses Video zu machen, ist natürlich auch der, dass ich einen neuen Computer habe. Er bildet unter anderem diese Workstation, ich nenne es mal Workstation. Es ist eines der neuen MacBook Pros, M1 Max, 32 GB RAM, 2 TB Speicher, um abgesichert zu sein. Und ja, es ist unglaublich teuer, aber ich habe die Kaufentscheidung zu keinem Zeitpunkt bereut und das sagt schon einiges. Es läuft alles reibungslos, es hat ein traumhaftes Display, ist nie alle und muss wirklich mindestens vier, wenn nicht gar fünf bis sechs Jahre halten. Ups. Toll, jetzt ist es auch an. Mein Monitor ist endlich einer von Apple. Das sage ich nicht, weil mir das Apple-Logo so wichtig ist, sondern weil Apple einer der wenigen Hersteller ist, der sich um 5K-Auflösungen kümmert. Bei einer Display-Diagonale von 27 Zoll, wie hier, bedeutet das, dass die Darstellung deutlich schärfer ist als bei 4K-Monitoren. Und dass auch jetzt oben links Werbung steht, liegt daran, dass Apple mir das Studiodisplay freundlicherweise für einen Testzeitraum zur Verfügung gestellt hat. Natürlich ist es nicht perfekt. Wenn ich meine Wünsche nach Priorität ordnen müsste, stünden auf Platz 1 32 Zoll, auf Platz 2 HDR, weil es einen wirklichen funktionalen Vorteil im Kreationsprozess bietet, auf Platz 3 erst ProMotion, dann Mini-LED, wenn das überhaupt von HDR zu trennen ist und eine bessere Webcam wäre ein Nice-to-have. All das sind die Gründe, warum ich nach der Testphase noch ganz kurz warte, ob auf der WWDC eine bezahlbare Pro-Version vorgestellt wird. Wenn nicht, dann kaufe ich mir einfach das Studiodisplay. Es ist so hell, es hat Mikrofone für Sprachnachrichten und wacht unverzüglich auf, wenn ich es will. Das tun tatsächlich nicht alle Monitorer. Mein Fazit, vor allem für den happigen Preis fehlt der Wow-Faktor, den wir seit dem M1 von Apple gewohnt sind und den vor allem die neuen MacBooks komplett versprüht haben. Aber es sieht trotzdem noch toll aus, ist eine riesige Erleichterung im Alltag und die beste Option für Leute wie mich, die hohe Auflösungen sehr schätzen. Mein persönliches Highlight dieses Videos ist aber tatsächlich dieses Ding. Das ist die Debridge von DeBosk, einer Holzmanufaktur aus Spanien und ich könnte nicht glücklicher sein, dieses Ding gefunden zu haben. Denn es war mir wichtig, das Studiodisplay mit dem normalen Standfuß zu testen. Denn ich finde die höhenverstellbare Variante nicht wirklich schöner und vor allem spart man sich natürlich eine Menge Geld. Außerdem war ich eben auf der Suche nach einer solchen Erhöhung. Und wichtig war mir dabei, dass das MacBook darin irgendwie Platz findet, damit es nicht mehr rechts daneben stört und ich es mittig auf dem Schreibtisch aufbauen kann. Und dieses Ding bietet für mein MacBook einfach den perfekten Platz. Denn es wird in der Luft gelagert, was gut für die Lüfter ist. Man kommt trotzdem noch an alle Anschlüsse. Und ja, es sieht einfach toll aus in meinen Augen. Im Prinzip habe ich mir aus Aluminium und Holz einen iMac gebaut. Ich bin 1,88 Meter groß und empfinde die Höhe als sehr angenehm. Höher dürfte es aber aus ergonomischen Gründen tatsächlich nicht sein. Meine Tastatur ist immer noch die alte von Apple ohne Touch-ID. Ich warte immer noch darauf, dass Apple mal irgendwas rausbringt, was die Qualität der Tastaturen in den neuen MacBooks oder im Magic Keyboard fürs iPad matcht oder zumindest eine Hintergrundbeleuchtung hat. So, mir ist aufgefallen, auch jetzt muss hier Werbung stehen, was daran liegt, dass mir die Maus vor Ewigkeiten mal von Logitech zur Verfügung gestellt wurde. Das ist die Logitech MX Vertical. Eine vertikale Maus, wie der Name schon sagt. Und sie hat gerade einen Nachfolger bekommen, den ich für Leute, die vertikale Mäuse wirklich feiern, sicherlich empfehlen kann, ohne sie getestet zu haben. Etwas, was man nie machen sollte. Aber die Logitech Lift sieht tatsächlich traumhaft aus in meinen Augen. Aber ich bin eigentlich einer der wenigen Magic Mouse Fans auf dieser Welt und habe aktuell nur keine, weil ich seit Ewigkeiten darauf warte, dass es irgendeinen Nachfolger gibt oder eine Pro-Version. Ich muss aber mittlerweile einen sehen. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich werde mir bald eine kaufen müssen. Meine Lautsprecher sind immer noch die Audio Engine A2. Nicht die A2 Plus. Der einzige Unterschied ist, dass man die A2 Plus nicht mehr über ein Interface an den Computer anschließen muss, sondern das geht direkt. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich eigentlich die A2 Plus ganz attraktiv finde. Bis jetzt nutze ich immer noch dieses ältere Complete Audio 6, was ich eigentlich überhaupt nicht ausnutze. Ich nutze es nur, um diesen Lautsprecher anzuschließen. Und das ist eigentlich eine Schande, denn das Gerät kann so viel. Man kann Mikrofone anschließen, Sachen pegeln etc. Deswegen. Es gibt noch eine Alternative zu den Audio Engines. Die ist etwas günstiger. Das sind die Kanto U2s. Die finde ich etwas schicker, aber sie haben vorne so eine blöde Lampe und in meinem Zimmer blinkt eh schon alles. Das ist nicht so geil und deswegen bleibe ich einfach dabei. Ikea Langfjell heißt mein Stuhl. Er sieht wunderschön aus in meinen Augen. Er macht seinen Job. Er ist sicherlich nicht so bequem wie 1000 Euro Stühle, aber doch erstaunlich bequem. Und wie gesagt, ich sitze nur an den wenigsten Tagen so richtig lange am Schreibtisch. Kommen wir noch zu zwei Kleinigkeiten. Das erste, das Kabelmanagement. Ich habe einfach so eine Ergotopia-Kabelwanne, wo alles lose drin liegt. Das macht es optisch sicher nicht so perfekt wie Leute, die alle Kabel gnadenlos an den Schreibtisch tackern. Aber es macht mich deutlich flexibler. Ich kann zum Putzen mal alles wegnehmen und so weiter. Und in Vorbereitung auf dieses Video ist mir aufgefallen, etwas, was immer auf meinem Schreibtisch steht, ist meine Flasche. Trinken ist wichtig. Ich trinke gerne und viel. Und ich hatte ewig lange eine ultra hässliche Wasserflasche. Dann habe ich ewig lange noch eine sehr schönen Wasserflasche gefunden und mit der Kloska Wavebottle eine ziemlich schöne gefunden. Meine Freundin hat sie mir dann geschenkt. Ich habe wirklich gut darauf aufgepasst, aber dann ist sie runtergefallen und seitdem noch öfter runtergefallen und sieht mittlerweile leider etwas ramponiert aus, aber immer noch um Welten besser als meine Flasche davor. Kleiner Shotout geht übrigens noch raus an die Dopperflaschen. Die wurden mir tatsächlich von dem Produktdesigner aus meinem MacBook-Video ans Herz gelegt und das soll doch mal was heißen. Und damit bleibt nur noch ein Ausblick auf die Zukunft. Ich frage mich selber so ein bisschen, bleibe ich so minimalistisch oder wird es etwas verspielter? Also kommen zum Beispiel mehr Holzakzente darauf oder mal ein paar Pflanzen oder wird es so ein bisschen wie in meinem Video über Setups im Verlauf der Zeit, wo ich doch ein bisschen minimalistisch geblieben bin, aber so ein paar schicke Akzente drauf kamen. Sagt mir gerne, was euch gefällt. Ansonsten bin ich auch jemand, der einfach gerne mal je nach Laune ein bisschen was variiert. Das Schlimmste war tatsächlich, dass ich meine komplette Holzplatte auf meinen Tisch draufgelegt habe und so ein Retro-Setup imitiert habe, einfach um Abwechslung zu haben. Kann ich jedem sehr empfehlen, dem die Arbeit zu monoton wird. Schreibt mir gerne Tipps in die Kommentare und schickt mir Bilder eurer Setups auf Twitter. Ansonsten tue ich das, was meine Haare schon vor einer halben Stunde getan haben. Ich verabschiede mich, danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Falls sich übrigens jemand fragt, ist der Kerl so schmierig oder ist es extrem warm in dem Zimmer? Beides!